Ich bin nur im Kirchenmeu zu setzen, ein dem Ielter. Mein Grüße zu mir ist ein Meer, ein Werner viel gesessen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, der Dude wird nur den Fielder. Hang ich am Gestripp herum, ich Hundebibel friessen. Amen. 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 Und jetzt haben wir ein kleines Experiment mit euch vor. Wir haben vorhin gehört, ich habe gut so gehört, Herr Professor Acker, es gibt keinen Siebenbürger ohne Musik. Und die Zweistimmigkeit, die Mehrstimmigkeit zu singen, zumindest war es bei meinen Großeltern so, haben sie der einfache Wert, sage ich mal, in der Kirche gehabt, durch die Kirchenmusik. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Ja, ich teile hier den Saal wie Noah. Und diese Hälfte singt mit mir die erste Stimme und die andere Hälfte singt mit dem Wolli die zweite Stimme. Wir üben das aber, damit wir zweistimmig singen können, üben wir es. Fangen wir bei mir an, die erste Stimme. Ihr singt, ihr noch nicht. Und Amen. Sehr gut. Noch einmal. Noch einmal zur Übung. Amen. 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 Meine Gruppe ist bereit, Wolli. Meine Gruppe kann das. Jetzt wollen wir schauen, ob deine Gruppe das kann. Das ist ein bisschen schwieriger, aber du hast gute Unterstützung hier, Musik-Experten, überall, wohin ich sehe. Ich glaube, wir können es besser, oder? Eins, zwei, drei und Amen. 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 Jetzt beginnt der Dorfesdienst. Zusammen, alle, ja. Amen. 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 Wir machen die Mikrofone mal weg. Mal komm, was guckt. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020